hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge blavage in der letzten folge sind wir die ganze zeit den weg hier gelaufen ja ihr habt es gelesen es ist hoffnungslos wir schauen einfach mal weiter vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen voran hier denn das erscheinungsbild das ändert sich ja doch ein klein wenig als ob das schon wieder seine keine ahnung drogen eingeworfen hat oder vergessen hat keine ahnung jetzt sieht es auf jeden fall anders aus hier steht jetzt mehr an der seite und wir sehen das bild an sich wackelt ganz schön das heißt man hört es auch am ton der kriegt seine ja psychoattacke grad jetzt sieht man es richtig ich kann auch nicht rennen das ist scheiße ich komme nur im schneckentempo voran okay was passiert jetzt mit mir es wird ja immer schlimmer das bild alter was ist los in seinem kopf ich muss sagen das gewinsel von dem hund geht mir ein bisschen auf die ketten wollte schon eier sagen okay da steht irgendwas mit die also sterben alter was ist los mit dir junge lass den hund sterben okay nö ja wie soll ich denn den absetzen hallo ich kann ihn nicht absetzen nee dann lass mal auf den arm mal schauen was passiert alter alter muss ich den hier drauf setzen nee passiert nix passiert nix alter nee das geht mal gar nicht gerade hier was 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 ist los mit dir was ist los mit dir Was ist mir umgefallen? Was ist hier los, alter? Wo ist mein Hundi hier? Aber Alter, das ist ein schönes Thumbnail. Äh, wo lang? Da ist ein Bild. Paul. War das mein Hund? Äh, hallo? Hier. You shouldn't trust him. Don't come too close. We don't know what you'll do. Bin ich schon wieder hier? Was soll das? Hey, was ist los bei euch, man? Oder bei dem? Jetzt schon wieder! Okay. Schön. Was? Was? ...id sie haben sie... Calm down. Just calm down. Du letst alle down. Alter, was ist falsch hier drinnen? Name? Wurde mir kein Name angezeigt. Das scheint wohl der Junge zu sein. Äh... Okay, ich schau nach oben. Ah! Ah! Leck mich am Arsch! Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Alter, leck mich am Hinterteil! Ja... Okay... Was war das denn? Bully... Oh, gah... Bully... Bully... Oh, das ist zu viel... Oh, was habe ich getan? Alter... Nee... Hilfe! Schon wieder! Weak! Was? Was war das? Was war das? Just kill me already! Pitiful. So... So you're still struggling, huh? So you're still struggling, huh? Huh? Wh-what did you... What did you do with a kid? A kid? That's what you're worried about. Stupid little man, I could have slit your throat and wear your skin. And then why don't you? Haha! You'll have to work for that. Was? Mein Hund? Was war mit deinem Gesicht? Was? Was war mit deinem Gesicht? Ja, gut! Nein, nicht dieses Ort wieder. Warum? Ich habe alles, was du wollte! Was soll ich jetzt tun? Wie kann ich... Ja! Das war's aber mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch vielmal gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye! 吆t r r ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020